Hallo liebe Leute, Grüße zum Witzel-Tage, es war nur der Winter, heute der Schwulenwitz, wo wir in der Stimme breit. Hallo liebe Leute, Grüße Witzel-Tage, es war jeden Tag, heute der Schwulenwitz, und zwar ist er von Jürgen Janssen und ich soll von Ihnen die Marie und den Peter grüßen. Und der Junge hat mir den Witz mal Facebook geschickt, könnt ihr auch, aber an meiner normalen Seite, nicht die Witze, Seite. Und der Schwulenwitz, der geht so, da zwei Schwulen streiten sich, dann sagt der andere Schwulen zu den anderen, leck mich doch am Arsch. Und dann sagt der andere dann, oh, von Versöhnung war auch nicht die Rede. Streiten sich zwei Schwulen, sagt der eine zum anderen, leck mich doch am Arsch. Und sagt an der Schwule, von Versöhnung war auch noch nicht die Rede. Und Erklärung, Schwule sind ja Männer, die sich lieben und hinterbumsen und dann lecken sich auch die Eier und den Arsch. Und dann sagt der eine Schwule zum anderen, leck mich doch am Arsch. Und er meinte, du kannst dich mal, und er dachte, da fühlt es, weil das bei denen Liebe ist, am Arschlecken, und dann fühlt er sich dann geschmeichelt. Und von Versöhnung war auch nicht die Rede. Okay, zwar kann ich mal mit abonnieren.